Guten Appetit allerseits. Danke. Lass dir es schmecken. Ja, wenn es dir schmeckt, wie es aussieht. Aber bestimmt doch. Moment mal. Ja, ja, da fehlt etwas. Tatsächlich, da fehlt etwas. Natürlich fehlt etwas. Das ist ja Macky Fridolin. Darf ich Sie in den Fragen des Geschmacks einmal kurz beraten? Da gibt es nämlich jetzt ein Prüfgerät, mit dem man im Voraus feststellen kann, ob ein Essen schmeckt oder nicht. Mit dem Ding da? Jawohl, mit dem Gaumometer. Zu Deutsch Geschmacksmesser. Na, wollen wir mal sehen. Leider nur mittelprächtig. Sagte ich nicht? Jawohl, du sagtest. Findest wirklich etwas? Klar, Tante Julchen. Da fehlt Fondor. Fondor für den Feingeschmack. Fondor ist die moderne Art, feiner zu kochen. Hier im Schächtelchen mit sechs Würfeln oder im praktischen, formschönen Streuer. Entweder aufgelöst den Speisen beigeben oder beim Abschmecken und zur geschmacklichen Vollendung bei Tisch. Darf ich? Bitte, bitte. Jetzt hat es geklingelt. Donnerwetter. Das schmeckt ja auf einmal großartig. Und der komische Apparat? Nein, Scherz, Tante Julchen. Den gibt es nicht. Aber Fondor gibt es. Maggies Fondor. Mit Fondor schmeckt sogar dein Lieblingsgericht noch mehr nach deinem Lieblingsgericht. Wie schön. Freunde, Fondor verfeinert die Speisen und bringt ihren natürlichen Eigengeschmack zur vollen Entfaltung. Gleich für morgen Fondor besorgen. Fondor für den Feingeschmack. Fondor für den Feingeschmack. Fondor für den Feingeschmack. Fondor für den Feingeschmack.